So, vor mir steht Stefan Abel, DOSB-Vizepräsident und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Sport-Marketing-Betreiber des Deutschen Hauses. Herr Abel, wie sieht die Bilanz aus kurz vor Ende der Olympischen Schule? Also, sollten wir erstmal eine sportliche Bilanz ziehen. Die sportliche Bilanz ist so, dass wir schon jetzt mehr Goldmedaillen haben als in London und dass es uns tatsächlich gelungen ist, auch wieder in den Mannschaftssportarten, die ja für den Teamspirit unheimlich wichtig sind, glaube ich, sehr erfolgreich zu sein. Beide Fußballmannschaften im Finale, die Handballer werden uns auch nicht enttäuschen, die Hockeyspieler, beide im Spiel in Bronze. Also insofern wird das für die Gesamtstimmung unseres Teams sehr wichtig sein. Ob wir tatsächlich diese angestrebten 44 Medaillen noch erreichen können, kann ich nicht sagen. Ich habe aber in allen Interviews, wo man mich befragt hat, immer gesagt, dass die Medaillenspiegel eigentlich nur eine Aussage dafür sind, was da passiert ist, was die einzelnen Sportler tatsächlich in der Vorbereitung zur Olympia tun, ist in Medaillenspiegeln leider nicht abzudrücken. Wäre es denn nicht für jeden Sportler eine tolle Vision, wieder eigene olympische Spiele im Land zu haben und auch etwas hinarbeiten zu können, perspektivisch? Wie stehen Sie zu den neuen Interessen für eine neue Olympia-Bewerbung, ein neuer Versuch? Ich war ja zusammen mit dem Alfons Hörmann in der Bewerbungsgesellschaft für Hamburg und wir haben heute im Hockeysstadion nochmal zusammengesessen und haben gesagt, eigentlich wollen wir an dieses Ereignis nicht erinnert werden. Da sind viele, zumindest strategische Fehler gemacht worden und deswegen glaube ich, dass es unserem Land mehr als gut hätte, wenn wir wieder olympische Spiele oder mal wieder olympische Spiele in Deutschland hätten. Denn für unser Land ist es, glaube ich, von ganz großer Bedeutung, dass wir nicht nur zeigen, dass wir politisch viele Dinge regeln können, wenn man nur an die Flüchtlingsproblematik denkt, sondern tatsächlich nochmal eine solche Euphorie schaffen, wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ich selber war 1972 schon im olympischen Jugendlager. Das war atmosphärisch so was von unfassbar, dass man immer noch davon zählt. Also nachdem ja München für die Winterspiele und Hamburg für die Sommerspiele gescheitert sind, bleiben ja nicht mehr viele Regionen über in Deutschland, die den Versuch wagen würden. Nordrhein-Westfalen hat Interesse bekundet. Ist das eine Region, die nachhaltige Spiele ausrichten könnte? Also, das glaube ich, ich habe schon vor der Bewerbung Hamburgs gesagt und auch während der Zeit Hamburgs, habe ich gesagt, wir in Deutschland wären in der Lage, überall in unserem Land olympische Spiele durchzuführen. Und zwar super organisiert, ohne irgendwelche großen Probleme und die Nachhaltigkeit ist sicherlich in vielen Regionen gegeben. Wenn man hier in Brasilien darüber redet, dass die Legacy eine 14 Kilometer lange Autobahn von Rio de Janeiro und Deodora ist, dann würde ich mal behaupten wollen, dass es in Deutschland 20 Städte gibt, wo wir erheblich intensivere und bessere Legacies aufbauen.